Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ande Mitte Topic. Ich freue mich sehr, diese Worte auszusprechen, weil ich war jetzt lange nicht dabei. Ich war einmal dabei, als wir das Format wieder neu gestartet haben, seitdem nicht mehr, deswegen lange Auszeit. Jetzt ist endlich wieder Martin da, alle freuen sich, oder? Party, wuhu, yeah, darum haben alle gewartet, yeah. Außerdem ist Lena wieder mit dabei. Hallo, hallo, ich mache Zeug, Internet, unter anderem das hier. Genau, Björn wird nachher auch noch reinkommen, der ist gerade eigentlich noch verhindert, der wird gleich irgendwann reindroppen, mal schauen, wann er auftaucht. Deswegen ist es jetzt Zeit, unseren Gast vorzustellen, beziehungsweise unser Gast kann sich natürlich selber vorstellen. Wir haben heute den wunderbaren Annie Mega am Start. Hi. Hallo. Dann erzähl doch mal, was machst du so, wer bist du? Ja, auf die Frage habe ich gewartet, ich habe mich vorbereitet. Du hast Dinge gemacht in Vorbereitung dafür. Genau, genau, mein Plan geht jetzt auf. Nee, aus Unlimited-Emo-Sicht kennt man mich vielleicht aus den Kommentaren. Ich bin da öfter vertreten, Annie Mega. Ich bin der Typ, der immer in den neuen Ausgaben einen Zeitcode reinschreibt, immer Marker, Doppelpunkt und einen Zeitcode jedes Mal. Ja, dann kennt man mich aus What-a-Week-Ausgabe 29 von 2019. Da wurde ich namentlich erwähnt, ja, von Barker. Names wurden gedroppt. Ja, da ging's, das war so eine Ausgabe, da ging's halt darum, dass ich von Nazis angegriffen wurde auf Twitter, wie man's halt kennt, ne, in der AnniTube-Community. Ich glaub, nicht nur da leider. Ja, nicht nur da, aber das war speziell jetzt dort, äh, ja, möchte ich mich nochmal bei Barker bedanken, weil er das gut aufgefangen hat, das Thema so. Ähm, jedenfalls, ja, aus Creator-Sicht kennt man mich auf YouTube, ich mach Anime-Content, ähm, habe sehr lange Anime-Content auf Deutsch gemacht, auf meinem deutschen Kanal. Bin da seit sehr langer Zeit, also da heiß ich auch Anime-Ger, bin da seit längerer Zeit inaktiv, ähm, habe jetzt wieder angefangen, Anime-Content zu machen, seit, äh, zwei Wochen oder so. Äh, diesmal aber auf Englisch, auf meinem alten englischen Kanal, äh, weil, ja, Reichweite ist da einfach besser. Hm. Uh, das hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, weil ich hab das gar nicht angekündigt bisher, weil ich wollte erst mal, weißt du, das, die Krux ist immer, auf YouTube, man kündigt immer Sachen an und dann, deswegen passieren sie dann nicht. Ja. Tell me about it, tell me about it, auf jeden Fall. Ja, deswegen hab ich erst mal gemacht und dann später mach ich die Ankündigung, ähm. Das ist echt schlau. Ja, aber, man lernt aus seinen Fehlern. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall mach ich da so Anime-Opening-Reactions und solche Sachen. Ich singe tatsächlich auch manchmal, also ich mache Covers, die Sache ist nur, ich kann nicht singen, und ich kann auch kein Japanisch, ich singe auf Japanisch. Und das ist ganz amüsant, ähm, aber wird kaum geklickt, leider. Wie heißt denn englischer Kanal denn? Äh, auch Anime-Ger, einfach genau gleich. Alles klar, ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Hoffe ich. Ich hoffe, wir haben dran gedacht. Dann ist es dort verlinkt, ansonsten schreibt in die Kommentare, was, was denn mit uns verkehrt sei. Ähm, und dann kennt man mich noch aus Twitter vielleicht, äh, da kennen mich wahrscheinlich auch die meisten aus Unlimited Demo. Ähm, ich schreibe meistens über Politik oder Anime, über Fußball oder Gaming ein bisschen oder was auch immer, halt mich interessiert. Jo, das war's eigentlich. Ja, entsprechend bin ich sehr gespannt, was du für ein Thema mitgebracht hast, denn für alle, die das Format vielleicht noch nicht kennen sollten, äh, ein Unlimited Topic bringt jeder von uns ein Thema mit. Das heißt, wir haben auch heute wieder vier Themen, zumindest wenn Björn noch aus diesem Meeting kommt, in dem sie sich seit zwei Stunden im Kreis drehen, und er Dinge schreibt wie Kill Me, schauen wir mal. Äh, sonst sind es nur drei Themen. Äh, wenn er sich doch, äh, dazu entscheidet, das Kill Me etwas ernster zu nehmen, was ich nicht hoffe. Ähm, und unser Gast fängt immer an, Pressure is on. Oh. Also in diesem Sinne, was hast du mitgebracht? Ja, ich hatte eigentlich ursprünglich drei Themen, ich bin super vorbereitet, Leute. Ähm, aber, ja, ich, ich, ich dachte mir halt jetzt, ähm, spontan, dass ich das mehr lighthearted Thema nehme. Ähm, ich hatte eigentlich ein politisches Thema gewählt, äh, was man sich, also, man kann sich vorstellen, was es wahrscheinlich gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt so. Ähm, aber ich nehme lieber das lighthearted Thema, gerade weil ich auch neu in diesem Podcast bin. Und zwar das Thema Fitness. Habt ihr irgendwelche Fitnesserfahrungen? Wie sind eure Fitnesserfahrungen? So, macht ihr Fitness? Betreibt ihr Sport? So, welchen Sport macht ihr? Mannschaftssport? Irgendwelchen Sport? Gut, ich fang einfach mal an, damit ich direkt gehatet werde von einem, glaub ich. Weil ich mach keinen Sport und hab's nicht nötig. Ähm. Oje. Ja, okay, also es ist natürlich ein bisschen übertrieben. Ich glaube, Sport tut einem sicherlich immer gut und würde auch mir gut tun. Äh, aber ich bin halt so der Typ, der irgendwie einfach so eine krasse irgendwie Schilddrüse hat und alles. Dass ich halt auch fressen kann, was ich will. Ich werde eh nicht dick. So, es passiert einfach nicht. Kann ich mich noch so anstrengen? Äh, ich wiege meine bei 1,80 oder 1,83 eher, äh, meine 70 Kilo. Und so, das ist der Stand der Dinge, der sich nicht ändern lässt. Also außer ich würde wahrscheinlich halt wirklich irgendwie aktiv Muskelaufbau betreiben. Aber ja, äh, ich bleibe halt dünn, ohne was dafür zu tun. Aber das geht ja nicht nur um Gewicht oder Muskelaufbau, sondern auch um Energie und ... Ja, ich bin zum Glück auch ganz energiegeladen, glaube ich. Kann meine Freundin bestätigen. Und, okay, okay. Dieser Podcast wird übrigens auch wieder von der Mutter meiner Freundin gehört. Also von daher. Okay, ich verstehe. Ähm. Ich mache auch keinen Sport und ich hätte es eigentlich nötig. Also nicht von Gewicht her oder so, da bin ich eigentlich auch zufrieden, aber halt eben von der Energie, von der Gesundheit oder vom Gesundheitsgefühl her. Da merke ich es halt schon, wenn ich, ähm, mal doch was mit Freunden mache oder wenn ich, äh, mehrere Tage hintereinander Beat Saber spiele oder irgendwie so. Äh, das ist schon sehr deutlich merkbar. Aber ich krieg's nicht auf die Reihe, das, ähm, in einem geregelten Ablauf zu kriegen. Kann man Beat Saber nicht als Sport durchgehen lassen? Also, es fühlt sich so an. Ich müsste es nur regelmäßig machen. Ja, das ist die Kunst. Oder Ring-Field-Adventures. Das soll ja auch scheinbar es ganz gut geschafft haben, wirklich in Ring-Fields in so Spieleform zu bringen. Gibt's das wieder zu kaufen? I don't know. Hm, Elena hat sich das ja so kurz zugelegt. Aber das würde ich auch mal probieren wollen. Ja. Okay, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Ja, die Sache ist halt, ähm, bei mir ist es so, also ich hatte das, ähm, ähnliche Problem wie Martin. Also, was heißt hier? Also, bei ihm ist es kein Problem. Bei ihm ist es ja, äh, von Gott gesegnet, dass er sozusagen nicht zunimmt. Aber bei mir war es tatsächlich ein Problem, weil so dieser Regler war ein bisschen extrem gestellt. Also, bei mir war es wirklich so, dass ich sehr stark untergewichtig war. Ähm, und ich bin auch immer noch relativ dünn. Ähm, obwohl ich zwei Jahre lang jetzt fast Fitness mache. Die Sache ist halt, ähm, ich war eigentlich immer sehr zufrieden mit meinem Körper so, auch wenn ich sehr, sehr mager war. Ähm, aber ich hatte halt irgendwann dann relativ viele Probleme. So, jetzt auch gesellschaftlich. Ähm, weil, ähm, weil, ihr müsst euch vorstellen, also ich hatte so ein bisschen Erfahrung mit Body Shaming und solche Sachen. Also, es ist, man muss sich vorstellen, ich war wirklich sehr, sehr dünn. Also, es war wirklich so, wenn man mich anguckt, dann, äh, war man nicht weit weg davon, den Krankenwagen zu rufen. Oh weh. Ähm, also, okay, vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber, ähm, ich war auf jeden Fall gesund, aber ich war gerade, also ich war sehr, sehr dünn. Ähm, die Sache war halt, eigentlich bin ich damit immer ganz gut durchgekommen. Man hat immer mal wieder ein paar Kommentare bekommen und so, ähm, am schlimmsten war es eigentlich so, weil, also ich habe Eltern, die aus Somalia kommen, äh, einem Land aus Afrika und so. Und bei uns ist es halt kulturell so ein bisschen so, dass, ähm, wir sehr, also wir reden nicht durch die Blume sozusagen, sondern sehr, sehr offen. Ähm, und wenn sozusagen ich Leute aus meinem Kulturkreis halt getroffen habe, dann war immer das Erste, was sie gesagt haben, oh, warum bist du so dünn, gib dir deine Mutter nicht, nichts zu essen und solche Sachen halt. Oh nein, das kann natürlich echt, glaube ich, auf die Nerven gehen. Es hat, es hat immer genervt. Ich habe im Grunde jede Woche irgendeinen Kommentar bekommen. Oh Mann. Und auf die Dauer ist es halt extrem, extrem nervig. Aber es war, es war noch so, dass ich das aus der Seite her ertragen konnte, sage ich mal. Es wurde nur irgendwann unerträglich, als, ähm, ich halt, äh, ich habe halt, ich habe halt mit Fußball angefangen. Und, äh, natürlich für Fußball sollte man eigentlich relativ fit sein, äh, und mein Problem war halt, ich habe halt irgendwann gemerkt, dass ich, ähm, keinen, nicht den nötigen Respekt bekommen habe, sage ich mal, dem man eigentlich einem Menschen entgegenbringt. Ähm, weil es gab halt immer so diese kleinen Momente, wo man gemerkt hat, ah, ich werde nicht wirklich respektiert, weil ich so aussehe, wie ich halt aussehe, ähm, weil ich hatte, es waren halt so kleine Momente. Ich hatte zum Beispiel einen Moment, wo ich halt, ähm, also es war meine eigene Mannschaft teilweise, äh, wo ich zum Beispiel, ähm, halt ausgerutscht bin einmal, sage ich mal, sah ganz komisch und witzig aus, ähm, und dann habe ich halt so einen Kommentar bekommen wie, äh, hat der jetzt einen Schwächeanfall oder sowas. Hm. Also, ja, und ich hatte auch andere Erfahrungen, halt nicht nur im Fußball, sondern auch zum Beispiel in, also es war so eine halbe auch Rassismus-Erfahrung, äh, dazu noch, ähm, das war einmal in einer Bank, also in meiner Bank, wo ich immer mein Geld abhebe, dies, das, und da gab es halt eine Person, die hat mich dann einfach angesprochen, und die hat mich aber nicht auf Deutsch angesprochen, die hat mich einfach auf Italienisch angesprochen. Oh je. Die hat einmal gesagt, ähm, ich glaube, Mangiarno oder so, und hat so eine Essensbewegung gemacht, dass man sich was in den Mund steckt, sozusagen, und, äh, wollte sozusagen, also zum einen hat die mich wahrscheinlich für einen Flüchtling gehalten, der aus Italien kommt oder so, also es hatte ganz komische Lea, diese Geschichte, ähm, und zum anderen halt war es sozusagen, wieso bin ich so dünn, ich soll mal was essen, und so weiter und so fort, also, diese Person in dieser Bank hat mich auf mehrere Arten und Weisen getriggert an diesem Tag, ähm, die hat wirklich jeden Hebel bei mir umgelegt, den es umzulegen gab, ähm, aber ich bin da auch ganz kulant, also ich bin leider nicht ausgerastet, im Nachhinein wäre ich lieber ausgerastet, ähm, aber, ja, Ja, das waren halt solche Erlebnisse, solche Body-Shame-Erlebnisse, die mich halt dazu gebracht haben, halt den, so einen Strich zu ziehen. Die Sache war auch, dass ich im Fußball halt nicht mehr weiterkam, ich hab halt immer gemerkt, dass ich körperlich einfach nicht mehr leisten kann, sozusagen. Ich hatte eine gute Ausdauer, ich war immer schnell, aber da hat's halt auch aufgehört. Bei allem anderen war ich nicht wirklich gut, ich war technisch nicht so gut, ähm, das war aber, keine Ahnung, das ist, glaube ich, so naturgegeben, dass ich da nicht so gut bin, weil ich hab nicht so eine gute motorische Fähigkeiten, ähm, Aber körperlich war ich auch einfach extrem, extrem im Nachteil und ich hab irgendwann gemerkt, dass es einfach nicht so weitergeht, sozusagen. Und dann wurde ich auch in der Mannschaft, äh, sozusagen irgendwann aussortiert, mehr oder weniger, weil, äh, ich hab dann einfach irgendwann keine Einsatzzeit mehr bekommen, weil teilweise Leute, die neu in den Club kamen, schon besser waren als ich, weil sie einfach eine bessere körperliche Verfassung hatten. Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, jetzt hab ich mich doch so ein bisschen hier und da mal an mich erinnert gefühlt, weil ich ja auch Fußball gespielt hab, früher in der Jugend noch, also schon jetzt eine ganze Weile her. Äh, da war das nicht ganz so extrem, aber bei mir war es halt auch so, dass ich, äh, tatsächlich auch eigentlich nur Konditionen hatte, Ausdauer und Schnelligkeit, das war's. Und, äh, ich hab mich auch doch nochmal dran erinnert, einmal bin ich tatsächlich auch geärgert worden, weil ich zu jung war, beziehungsweise halt, das heißt einmal, es gab halt irgendwie auf, äh, auf der Schule so eine Gruppe von Leuten, die mich halt deswegen geärgert haben, also jetzt nicht nur einmal, sondern irgendwie öfter. Aber das war's dann zum Glück bei mir. Äh, natürlich hab ich auch irgendwie immer mal wieder halt von Familie, so, die mich länger nicht gesehen haben, irgendwelche Kommentare bekommen und so. Und entsprechend kann ich auf jeden Fall ein Stück weit nachempfinden, wie das ist, weil, ich glaube so, die Allgemeinheit verweist mittlerweile natürlich so, dass man irgendwie kein Bodyshaming irgendwie machen sollte, wenn Leute zu dick sind. Aber, aber das Thema, dass eben auch zu dünne Leute darunter leiden, wenn man da ständig drüber redet und sagt so, oh, ess mal mehr und, hm, obwohl du halt, ne, du wahrscheinlich ja auch genug isst. So, bei mir ist halt jeder, der mich kennt, weiß, der Martin isst sehr, sehr gut, weißt du, also ich isst wirklich, wirklich gut. Und das ist nicht das Problem, daran scheitert es nicht. Und, äh, dann halt irgendwie solche Kommentare zu bekommen, ist halt schon immer auf jeden Fall nervig. Ja, ich hab auf jeden Fall gemerkt, dass es, es ist, es ist halt einfach so, wenn du halt zu dick bist, dann sind die Leute so ein bisschen vorsichtiger, sag ich mal. Also, das ist mehr anerkannt, dass es nicht cool ist, jemanden, äh, sozusagen auf sein Aussehen zu reduzieren, wenn er halt übergewichtig ist. Also, also, da macht man's dann eher hintenrum, was halt genauso schlimm ist, aber, ähm, bei dünnen wird das halt öfter nicht so schlimm angesehen, so. Da wird halt mal gesagt, ja, du bist ja so dürr wie, keine Ahnung, wie ein Lauch oder was weiß ich was. Und da wird einfach davon ausgegangen, dass das einem nichts an-, also, dass es einem nichts ausmacht. Ja, auf jeden Fall, ähm, das war so meine ekelhafte Motivation eigentlich, mit Fitness anzufangen. Also, keine Motivation, die man sich wirklich wünschen würde. Ähm. Ich hoffe, es hatte aber trotzdem, auch wenn vielleicht die Motivation dann nicht die richtige war, für dich einen positiven Effekt, der nicht nur war, dass Leute dich weniger darauf ansprechen, dass du so dünn bist. Ja, ich, ach, es ist schwierig. Also, es, es hat schon positive Effekte. Also, ich bin jetzt inzwischen auf jeden Fall noch zufriedener mit meinem Körper eigentlich. Ähm, die Sache ist auch, dass halt die Leute eigentlich relativ aufgehört haben, das zu sagen, mit dem dünnen. Weil jetzt bin ich halt, jetzt bin ich dünn, aber ich bin jetzt nicht sozusagen extrem dünn mehr. Ähm, aber ich wollte eigentlich, dieses Motivationsding ist eigentlich jetzt nur so ein Side-Ding in dem Thema. Weil mein eigentlichstes Thema war, dass, wenn man mit Fitness anfängt, dann hat man in der Regel, hab ich so das Gefühl, überhaupt keine Ahnung, wie das eigentlich funktioniert. Wie man eigentlich seinen Körper, sag ich mal, jetzt vom Lauch zum Hulk wird, so pauschal gesagt. Korrekt, oder? Ja. Das ist korrekt. Ich finde, das ist natürlich auch tatsächlich wieder so ein Thema, genau das. Das ist halt auch da, ne? Wenn du dick bist, dann wollen dir immer alle erzählen, wie du abnehmen kannst. Aber wenn du halt zunehmen willst, gesund, das ist nicht so das Thema. Das ist um einiges irgendwie schwieriger da irgendwie. Äh, also klar, gut, im Internet kannst du auch das wahrscheinlich ergoogeln. Aber es ist jetzt nichts, was dir so unter die Nase gedrückt wird als Information. Genau, es ist irgendwie so, wenn man, wenn man zu dick ist, kriegt man 10.000 irgendwie Tipps, die auch teilweise hilfreich sein können. Aber wenn man dünn ist, dann, mir wurde halt immer gesagt, iss einfach mehr, Punkt, fertig. So, mir wurde nicht gesagt, iss das und das vielleicht, weil das hat viele Kalorien, dies, das. Ähm, oder das ist besonders gesund, oder so kannst du besonders schnell zunehmen, oder was weiß ich was. Sondern mir wurde einfach gesagt, jo, iss einfach mehr. Und ich dachte mir halt, ich hab immer gegessen, so wie ich halt Hunger hatte, so. Und wie soll ich mehr, also über meinen Hunger hinaus essen, so. Mein, mein Magen war halt immer dann voll und ich war zufrieden, sozusagen. Ja, alles andere ist auch Quatsch. Ja, die Sache ist aber so, äh, ich hab halt, ähm, gemerkt, nachdem ich, also ich hatte diesen Moment sozusagen, wo ich mir dachte, ey, ist jetzt egal, ich esse so viel, ich kann, und so weiter. Und irgendwann hab ich gemerkt, der Körper gewöhnt sich daran, an die Menge, die man dann isst. Und dann fällt es einem leichter, mehr zu essen. Ähm, aber das hat mir zum Beispiel nie jemand gesagt, so. Mir hat nie jemand gesagt, dein, dein Hungergefühl passt sich an dem, was du sozusagen deinem Körper einführst, an. So, es ist irgendwann, also es ist, der erste Schritt ist immer der schwerste, so. Wenn du auf einmal mehr essen sollst. Deswegen ist es immer gut, schrittweise immer ein bisschen mehr pro Tag zu essen, sozusagen, wenn du zunehmen möchtest. Ähm, und nicht direkt, keine Ahnung, Tonnen zu essen. Ähm, und hätte mir jemand gesagt, jo, das, irgendwann gewöhnst du dich so daran, dass es dein normales Essen wird, weil jetzt esse ich einfach standardmäßig schon mehr, als ich früher gegessen habe. Hm. Dann wäre das ein viel einfacherer Schritt für mich gewesen. Und ich frag mich, wieso eigentlich, wie man seinen Körper richtig bewirtschaftet, nicht in der Schule beigebracht wird, im Sportunterricht zum Beispiel. Da lernt man überhaupt nichts. Zum Beispiel, ähm, so diese Basics vom Fitness. So, es gibt Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß. Und, dass man zum Beispiel zwei Gramm pro Körpergewicht Eiweiß zu sich nehmen sollte, um einen optimalen Muskelaufbau, äh, zu gewährleisten. Und halt, ne, ähm, dass man halt über seinen, äh, Kalorien, sag ich mal, seinen normalen Tageskalorienbedarf, äh, essen sollte, um zuzunehmen. Und unter dem normalen Kalorienbedarf, ähm, um dann abzunehmen. Und, keine Ahnung, irgendwie diese ganzen Informationen, auch wenn sie so super simpel sind, also wusstet, wusstet ihr das? Nein, also genau, das ist halt, wie du schon sagtest, etwas, wo ich mir, wie so viele Dinge hast du vollkommen recht, dass sowas nicht halt irgendwie in der Schule mal thematisiert wird, ist halt echt seltsam. Meine Mutter unterrichtet tatsächlich Ernährungslehre, aber das ist dann halt, ne, eine Berufskolleg für bestimmte Berufsfelder, also zum Beispiel für Köche, die lernen dann Ernährungslehre. Aber in der allgemeinen Schule kriegst du davon ja gar nichts mit. Also irgendwie gesunde Ernährung oder sowas in die Richtung wird ja allgemein überhaupt nicht thematisiert. Ja, und selbst, selbst wenn, dann wird halt gesagt irgendwie, ja, also jetzt nicht in der Schule, aber grundsätzlich in der Gesellschaft wird dann gesagt, ja, Gemüse ist gesund, weil ist gesund, so. Und Obst solltest du auch essen. Und Kuchen besser nicht, so. Und Pizza nicht. Das ist alles so. Erstens wird dir gar nicht gesagt, warum, so. Man erfährt nie, warum etwas jetzt gesund ist oder warum ich das nicht essen sollte und wie viel ich essen darf und was passiert, wenn ich so und so viel davon esse und so weiter und so fort. Man hat irgendwie überhaupt keine Ahnung von seinem eigenen Körper und wie der funktioniert, wie der auf Essen reagiert. Und das stört mich einfach übertrieben. Also im Sportunterricht sollte das eigentlich vorkommen. Also ich finde, das sollte Allgemeinwissen sein, weil ich habe in diesem jetzt knapp... Krass, wir spielen heute wieder Völkerball. Los, äh. Du und du, ihr wählt die Teams. Viel Spaß. Ich bin raus. Ja, weil das ist, keine Ahnung, es sollte einfach Allgemeinwissen sein, so verschiedene Basics. Weil in diesen zwei Jahren habe ich einfach so viel dazugelernt, von dem ich mir dachte, ey, das hätte ich gerne vorher gewusst. Und dann hast du halt im Sportunterricht, der Sportunterricht generell, also da muss ich jetzt auch mal einen Rundumschlag machen. Der Sportunterricht generell ist einfach absolut nicht zielführend, so wie er jetzt halt strukturiert ist. Zum einen, du hast dieses, die Kinder wissen gar nicht, wie sie ihre Ernährung anpassen müssen und so weiter und so fort. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wieso machen wir so, wie er jetzt ist, benoteten Sportunterricht? So, das ist... Es hat einfach nur negative Folgen, weil man hat dann immer die Leute, die Körper... Also die Kinder, die körperlich nicht so gut sind wie andere Kinder und die werden halt dann jedes Mal in der Notengebung durchgereicht. So, und die können eigentlich körperlich einfach nicht das aufbringen, was halt andere Kinder aufbringen können. Und das führt halt am Ende dazu, dass man demotiviert wird, dass man Sport als Ganzes nicht mag, dass man halt auch bloßgestellt wird und so weiter und so fort. Und mein Ding ist halt einfach, wieso macht man, wieso benotet man Sportunterricht? Man könnte es ja so machen, dass Sportunterricht sozusagen in der Notengebung so gemacht wird, dass wenn du besonders gut bist, dass du halt einfach einen Plus hast, sozusagen. Und wenn du halt schlecht bist, dann kannst du wenigstens nicht deswegen sitzen bleiben und es wird nicht so eingerechnet. Das fände ich persönlich sinnvoller, weil man hat so viele Leute, die einfach wegen dem Sportunterricht auch in der Schule einfach grundsätzlich im Leben keinen Bock mehr auf Sport haben. Und das finde ich schade. Ja, das stimmt. Ich meine, das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Fass. Jetzt nicht nur... Ich könnte jetzt auch noch weiter ausholen und sagen, warum gibt es überhaupt dieses Schulnotensystem? Von mir aus kann man das auch ganz abschaffen. Aber ja, im Sportunterricht ist das schon teilweise besonders gravierend, das ist korrekt. Und ja, es geht wirklich um einiges, was man irgendwie besser machen könnte, so im Sportunterricht halt von der Themenfindung und was man da lernt. Und ich meine, was lernt man denn im Sportunterricht so? Keine Ahnung, wie du über einen Bock hüpfst oder so. Ja. Das ist nichts, was ich im Leben brauche. Ich glaube, Bock hüpfen kann nicht irgendwie in meinem Leben eine große Rolle spielen in Zukunft und hat es auch die letzten Jahre nicht. Weiß nicht. Ich hätte mich sowieso gefreut, mehr in der Schule zu lernen, weil mir kommt vor, dass das, was man so hört im Alltag, ist alles, also sehr viel von Marketingbetrieben und von Leuten, die eher versuchen, dir was zu verkaufen oder dir was einzureden. Und daher einfach mal den aktuellen wissenschaftlichen Stand mit so den Basics, zumindest den Basics vermittelt zu haben, um gewappnet zu sein vor, was weiß ich, für blöder Werbung. Das wäre schon sehr viel wert. Auf jeden Fall. Ja, weil ich frage mich halt immer, die Lehrer gehen ja durch so ein Sportstudium. Ich weiß jetzt nicht, was im Sportstudium genau gemacht wird, aber eigentlich ist da ja sehr viel Biologie, zumindest was ich jetzt gehört habe, da drinnen und so. Und man selbst bekommt theoretisch einen Sportunterricht eigentlich gar nicht im Schulalltag so mit, außer du machst jetzt, sage ich jetzt mal, in der Oberstufe Sportleistung. Dann kriegst du theoretisch einen Sportunterricht. Aber den kriegst du einfach überhaupt nicht, wenn du halt nicht Sport als Leistungsfach jetzt nimmst. Ja, also ich glaube, Sportunterricht ist in der Schule immer noch irgendwie so ein bisschen historisch bedringend eigentlich nur so körperliche Betüchtigung, die mehr dazu dienen sollen. Kinder sitzen ja den ganzen Tag rum, da müssen sie ja auch mal ein bisschen rumwackeln. Genau. Ich glaube, das ist tatsächlich immer noch das, was halt Sportunterricht irgendwie so ist, meistens. Natürlich hängt das immer so ein bisschen vom Lehrer ab. Du kannst auch Glück haben und vielleicht den einen Lehrer haben in Sport, der dann tatsächlich irgendwie das, weil Sport ist, glaube ich, noch so ein Zerfächer, wo man als Lehrer wahrscheinlich einfach noch sehr viel machen kann, weil ich nicht weiß, also ist jetzt eine Vermutung von mir. Ich weiß halt nicht, wie ich springe es, der Lehrplan ist. Das hängt immer vom Lehrer ab in der Schule. Ja, klar, das auf jeden Fall. Aber ich glaube halt auch, dass das Sport ein Fach ist, wo vielleicht der Lehrplan nicht so strikt ist, dass man da nicht halt auch sehr viel halt wirklich frei reinpacken kann, was vielleicht in anderen Fächern ja gar nicht geht. Ja, zum Beispiel auch, wenn der Lehrplan jetzt sagt, ja, ihr solltet jetzt Basketball machen dieses Jahr oder was weiß ich was, kann man ja trotzdem so ein bisschen theoretisches Zeug versuchen einzubinden. Jetzt nicht nur von der Bewegung oder was auch immer. Oder einfach am Anfang des Schuljahres oder am Ende, wenn man ein bisschen Zeit hat, einfach mal Ernährung oder so thematisieren. Weil es ist halt, die Sache ist, in jeder sportlichen Aktivität ist einfach, die Ernährung ist eigentlich das Wichtigere als die sportliche Betätigung fast schon, sozusagen. Weil mit der Ernährung, also die Ernährung macht sozusagen deinen Körper und dein Körper macht deine Leistung. Und wenn du diesen Baustein Ernährung einfach fallen lässt, dann bricht halt das ganze Ding zusammen so. Ja, das ist korrekt. Also ich meine, du kannst noch so viel Sport machen, wenn du irgendwie nicht isst, was du essen solltest, bringt das dir wahrscheinlich auch nicht wirklich weiter. Ja, das Gegenteil sogar noch, weil du dich dann ja kaputt machst. Hast ja gar nicht irgendwie die nötigen Utensilien im Körper, um wirklich halt auf Dauer das zu betreiben, was du deinem Körper dann plötzlich antust. Naja, ja, ich meine, das Thema Schule ist ein Thema für sich, wie gesagt, deswegen, ich hatte gerade auch noch kurz überlegt, so wenn irgendwie Basketball als Thema ist, es wäre ja auch cool, wenn man so ein bisschen den kulturellen Aspekt mit reinnehmen würde, ne? Also, dass man halt wirklich dann, wenn Basketball Thema ist, man auch ein bisschen irgendwie halt was hört. Zur Geschichte. Ja, oder halt, dass man irgendwie was von Michael Jordan lernt oder lernt oder sowas ein bisschen, weißt du? Also, dass man halt so das noch mit reinnimmt, weil ich glaube, das würde vielen Leuten halt auch nochmal einen komplett anderen Bezug zu diesen Sportarten geben als, ja, wir spielen jetzt Basketball. Ihr werft einen Ball durch diesen Ring da oben. Ich mochte Basketball. Ich mochte Basketball auch, ja. Ich wollte fragen, bist du jetzt besser in Fußball? Die Sache ist, ich habe Fußball die meiste Zeit jetzt sozusagen geopfert für Fitness, also ich habe mich jetzt sozusagen der Fitness erstmal verschrieben, ich trainiere jetzt auch mindestens mal fünf Tage die Woche so und aktuell ist es ja auch schwer mit Corona und so weiter und so fort. Ähm, und ich hatte dann, nachdem ich aussortiert wurde, wieder einmal probiert, Fußball zu spielen, so, keine Ahnung, ein halbes Jahr später oder so. Die Sache war aber auch, ähm, also ich hatte am Anfang, als ich da dann wieder angefangen habe, war ich auf einmal, ich war viel besser. Mein Problem war immer, ich konnte, ich hatte einfach nicht die Kraft zu schießen, meine Schüsse waren immer so Kullabälle. Ähm, und tatsächlich konnte ich voll gut schießen dann. Ähm, mein Problem war aber, weil man als gemeiner Mensch so wenig über Fitness, äh, weiß und selbst wenn man jetzt auf YouTube geht und, äh, sich diverse Videos reinzieht und so weiter, dann kann es trotzdem noch passieren, dass du krasse Fehler machst. Weil, mein Ding war ja zunehmen, so, aber die Sache, das Problem war, ich hab zu schnell zugenommen dann. Ich hatte diesen extremen, extremen Ehrgeiz, äh, halt getrieben von diesem Body, Body Shaming und so weiter und dann hab ich einfach viel zu schnell zugenommen. Und wenn man, das Problem ist, wenn man zu schnell zunimmt, dann ab einem bestimmten Zeitpunkt nimmst du einfach keine Muskeln mehr zu. Dein Körper kann in einer bestimmten Zeit nur eine bestimmte Masse an Muskeln dazugewinnen. Und selbst wenn du dann Sport treibst und viel zu viel isst, ähm, dann nimmst du nur noch Fett zu. Ganz egal, ganz unabhängig davon, was du isst. Ähm, und das Problem hatte ich dann irgendwann. Am Anfang war ich noch gut, als ich dieser neuen Mannschaft beigetreten bin und so weiter. Ich hab auch Komplimente bekommen und alles war cool, so, ich war teilweise eine Maschine, ich hatte viel Aus dabei, ich war schnell. Ich hatte alle meine, alle meine Stärken von früher plus die Stärken, die ich dazu gewonnen habe. Und dann wurde ich halt immer schwerer und immer schwerer und hab zu viel Fett dazu bekommen und hab all meine Stärken dann wieder verloren. Ich wurde teilweise sogar langsam, was für mich eine Schande war, weil ich immer, immer superschnell war. Ich hab mich immer, meine, meine Stärke war immer super, superschnell zu sein. Und dann war ich auf einmal langsam. Und, ja, und dann bin ich halt, dann wurde ich halt im Grunde wieder aussortiert und es hat wieder angefangen und bin dann so ein bisschen in so einer Frustration geendet auch. Weil ich einfach nicht wusste, weil ich das einfach nicht wusste, ich wusste dann auch nicht, woran es lag. So, mir hat keiner gesagt, du hast zu schnell zugenommen, deswegen ist das jetzt so geworden. Ich musste erst mal für mich herausfinden, okay, am Anfang war ich noch gut, was ist dann passiert? Und dann hab ich irgendwann verstanden, ey, ich hab jetzt zu viel Körperfett irgendwie und wie ist das dann passiert? Und dann bin ich über Monate, über Monate hab ich dann irgendwann herausgefunden, okay, das war, weil es zu schnell war. Dann hab ich halt zufällig ein YouTube-Video gefunden, wo halt gesagt wurde, ey, so und so viel Kilo sollte man maximal zunehmen, wenn man zunehmen möchte, um halt nicht zu viel Fett dazu zu bekommen. Auch da wieder, dass man dann halt irgendwie auch, ich mein, klar, das ist nochmal was anderes, das ist ein Ehrenamt und so weiter, aber ein guter Trainer hätte ja in der Situation dann auch eigentlich irgendwie so etwas erkennen müssen und hätte dann ja auch irgendwie das Gespräch suchen können und sagen können, hey, so, ich weiß nicht, ob das für dich, also das, ich mein, das ist natürlich auch schwer, ne, also dann irgendwie den richtigen Weg zu finden. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich jemanden als Trainer darauf ansprechen sollte. Ja, das ist sehr, sehr schwer, wenn einer, also du weißt halt auch nicht, was, ob die Person halt jetzt zufrieden mit dir im Körper ist, du willst jetzt auch nicht die Person irgendwie so angreifen, weißt du, was ich meine? Wenn du, wenn du jetzt sagst, ey, du müsstest aber so und so deine Ernährung wahrscheinlich umstellen, dann könntest du mehr Leistung bringen und so weiter. Das Problem ist, man sollte diese Gespräche, man sollte diese Gespräche gar nicht führen müssen und das Problem ist auch, dass, also, weil halt das Wissen da sein sollte. Und das Problem ist halt auch, der Trainer kann dir das halt nicht sagen und man kann es ihm nicht übel nehmen, weil er es halt einfach selbst wahrscheinlich gar nicht wirklich so sehr weiß. Das denke ich nämlich auch, ja. Das ist, das ist ja die Krux. Das ist keiner weiß oder kaum jemand. Und ja, letzten Endes hat es dann so geendet, dass ich im Grunde, ich hatte auch ein paar krankheitliche Dinge und so weiter, die mich zurückgeworfen haben, aber grundsätzlich sind halt eineinhalb Jahre sozusagen verschwendet gewesen. So, und erst wirklich seit so diesem Jahr mache ich das halt wirklich optimiert. So, es ist, es ist einfach dieser ganze Fortschritt, so eineinhalb Jahre, die ich wirklich hart trainiert habe und diesen Drive hatte, war einfach Verschwendung, weil ich nicht wusste, was ich essen soll, wie viel ich essen soll und wie ich trainieren soll. Teilweise, man weiß ja auch nichts. Also, als ich angefangen habe mit Fitness, wusste ich nicht mal, welche Körperbewegung für, welche Muskeln für welche Körperbewegung zuständig sind. So, wisst ihr sowas? Also, ich meine von irgendwie jetzt mal ganz offensichtlichen anatomischen Zusammenhängen, abgesehen, nein. Nee. Natürlich weiß ich schon, dass irgendwie bestimmte Sachen dann der Bizeps sind oder sowas, aber ... Ich weiß nur, was hinterher wehtut. Ja, genau. So erkennt man das. Ja, deswegen, das ist, dieses ganze Fitnessding ist so einsteigerunfreundlich, weil ich hatte das Glück, ich hatte meinen älteren Bruder, der so ein bisschen Fitness gemacht hat und der hat mich zum Beispiel ins Fitnessstudio mitgenommen und mir die Geräte und sowas gezeigt. Ah, das ist super. Hat mir erklärt, für was halt, also welche Muskelregionen man mit was trainiert und so weiter. Das ging durch ein Ohr rein, durchs andere raus, weil es war too much information in dem Moment natürlich, aber nach einer Zeit hatte ich das dann wenigstens drin. Und ich denke mir halt, wenn da jetzt jemand ist, der diesen älteren Bruder nicht hat zum Beispiel, was macht der dann? Also, dann geht der einmal ins Fitnessstudio, ist super demotiviert, weil er keine Ahnung hat, wie das alles funktioniert. Und dann geht er wahrscheinlich nach Hause. Ja. Es ist, ja, einfach super schwer, das ganze Thema da reinzukommen und das optimal zu machen. Und ich wusste ja vorher auch schon, ich hatte ja viele YouTube-Videos geguckt und so weiter, dass viele Leute da am Anfang halt Fehler machen und so weiter. Und diese halt super offensichtliche Fehler wie, ist kein Kuchen vorm Training machen, ja klar, dass ich die nicht mache, aber so halt die Sachen, mit denen ich dann Schwierigkeiten hatte, da habe ich halt nicht diese Videos gefunden. Und dieses eine Video hat mir dann letzten Endes geholfen, diese eineinhalb Jahre sozusagen einen Cut zu machen und dann wirklich so zu trainieren, wie es eigentlich sein sollte. Ob es optimal ist, weiß ich jetzt natürlich auch nicht, aber auf jeden Fall merke ich seit einem halben Jahr, also ich musste erstmal eine Diät machen, um das Körperfett halt loszuwerden und habe dann noch immer neu gestartet. Und ich merke jetzt halt, dass meine Kraft sehr schnell steigt und dass ich halt trotzdem noch dynamisch bleibe und so weiter und so fort. Und ja. Sehr schön. Halt nur wirklich schade, dass man dann erstmal so, weil er mäßig sich rantasten muss. Ja. Ja, aber genau, ich schließe mich Lena an. Das klingt gut. Hm. Okay. Cool. John ist immer noch nicht da, ich weiß auch nicht, ob er noch kommt. Der hat eben geschrieben, dass er durch ist, also nicht nur mit dem Meeting, sondern auch ganz durch. Schauen wir mal, vielleicht kommt er noch, vielleicht kommt er nicht. Lena, möchtest du weitermachen? Hast du noch ein Thema für uns? Das kann ich versuchen. Also ich habe ein, wie so oft, ein schwieriges Thema, bei dem ich selber nicht ganz den Überblick habe und vielleicht könnt ihr mir helfen, das Thema zu umreißen. Ich weiß, Martin, du bist großer Star Trek Fan, aber es geht nicht um Star Trek. Das ist korrekt. Animiger hast du Erfahrung mit Science Fiction? Boah. Äh, es kommt drauf an, eher nicht, würde ich sagen. Perfekt. Okay. Ähm, und zwar möchte ich darüber reden, über etwas, das mich schon länger beschäftigt. Äh, ich liebe die Ästhetik und ich liebe Videos und Screenshots von Weltraumsimulationen. Also bei vor allem PC-Spiele, sowas wie Elite Dangerous, sowie die X-Reihe, ähm, Freelancer, da gibt's doch einige. Ähm, Star Citizen will das nächste große sein. Das hat ja mit diesem Versprechen, alleine mit dem Versprechen, 100 Millionen, Milliarden Dollar eingeholt. So, mein Problem mit diesen ganzen Weltraumsimulationen ist, ich finde die alle doof. Also, ich finde sie tatsächlich doof zu spielen. Ähm, nicht alle, alle super doof, aber sie sind, nichts davon schlägt wirklich in diese Kerbe, die ich suche. Ähm, und das ist eben so eine, eine, ich möchte gerne als eine Person auf ein Abenteuer gehen, auf, ich will in den Weltraum, ich will entdecken, ich will da raus, was da alles ist, was, ich will einen, 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 einen diversen, einen aufregenden, einen bunten Kosmos entdecken, erleben, erkunden. Ähm, und die ganzen Weltraumsimulationen, die es gibt, sind hauptsächlich entweder Kampfsimulationen, ähm, also sowas wie Free Space ist im Prinzip eine Helikoptersimulation im Weltraum. Ähm, die X-Reihe ist eine andere Kategorie, das sind Wirtschaftssimulationen im Weltraum, super. Ähm, und der Rest sind dann eher so Shooter. Also Freelancer, oder wie heißt jetzt das neue, Everspace 1 und 2, das sind eher so Shooter im Weltraum. Und kaum eine davon ist wirklich figurenbezogen, Story getrieben, ähm, und hat diesen starken Rollenspielaspekt, den ich da suche. Und ich kann das, ich verstehe das nicht, warum es das nicht gibt. Und auf der anderen Seite verstehe ich dann aber vollkommen, warum Star Citizen und vor allem dessen Einzelspielerkomponente Squadron 42, glaube ich heißt das, äh, da so stark zieht. Und so viele Leute das Geld aus den, aus den Brieftaschen schleudert, weil die Fantasie, das Versprechen, diese Fantasie zu bedienen, ist, glaube ich, die Fantasie, die ich meine, ähm, dass die noch fehlt. Dann hast du eben Mark Hamill, äh, ist einer der Schauspieler in Squadron 42. Und so eine Star-Wars-ige Erfahrung von dem Abenteuer im Weltraum gibt's halt einfach noch nicht. Ähm. Das stimmt. Also zumindest jetzt irgendwas, was halt nicht straight up ein Star-Wars-Spiel ist. Aber sogar die Star-Wars-Spiel, also Star-Wars ist jetzt nochmal was Eigenes, weil in Star-Wars selber bist du ja nicht, das ist ja, da geht's ja nicht wirklich um das Weltraumfliegen. Da bist du ja entweder auf den großen Schiffen, oder du gehst halt von Planet zu Planet, oder du hast die kleinen, äh, Kriegsschiffchen, die sich abballern. Kampflight-Fighter, ja. Genau. Ähm, und da gibt's auch Weltraum-Simulationen. Es gibt ja, ähm, X-Wing vs. TIE-Fighter ist eine Weltraum-Simulation, das ist aber eben auch so eine, das fällt in diese Shooter-Sparte. Und das Ding ist, es gibt das perfekte Spiel. Es existiert. Ähm, es heißt Star-Control 2. Ich glaube, das ist aus Anfang der 90er, oder Ende der 80er, aber es, es ist halt 2D. Und du bist da, ähm, du steuerst, das Raumschiff steuert sich wie ein Panzer. Aber an und für sich wäre es das perfekte Spiel, ähm, mit der Geschichte, dass die Welt, dass die Menschheit versklavt wurde. Und du, ähm, von so einem fernen Planeten, wo du dem Ganzen entkommen bist, nach 20 Jahren mit, mit einem Schiff, das du mit Alien-Technologie, haben sie für dich gebaut, wie du zurückkehrst und dann halt lernst, ups, um die Erde ist ein, ist so ein, äh, Schutzschild rum. Und auf dem, auf dem Satellit von der Erde, oder, nee, eine Station, da sind dann halt Menschen, mit denen redest du, um rauszufinden, was los ist. Und dann ziehst du los, um die, die Galaxie zu befreien von diesem, äh, von diesem Galaxie-Imperium. Und du triffst dabei auch verschiedene Alien-Rassen, du hast mit denen so Adventure-Dialoge, mit Dialogbäumen, die sehr lustig sind. Ähm, es gibt Quests und es ist sehr, ähm, eben personenbezogen, figurenbezogen. Du hast, äh, diese ganzen Figuren, mit denen du da redest, die sind sehr einprägsam, die sind sehr markant. Und das, finde ich, einfach fehlt einfach noch komplett in diesem Genre. Und vor allem etwas, wo Science-Fiction ist ja eigentlich doch eher groß, mit Star Wars, Star Trek, ähm, Guardians of the Galaxy. Gibt's eigentlich in so gut wie jeder Facette gibt's eine Science-Fiction-Subgenre, das populär ist. Ähm, und Abenteuer ist ja als, als Unterkategorie davon auch extrem beliebt. Deswegen raffe ich nicht, warum es das noch nicht gibt. Ähm, und. Ich würde einfach interessieren, habt ihr euch jemals so gefragt, so, boah, Science-Fiction, das wär schon cooler, wenn es mal anders wäre. Oder, das ist irgendwie nicht für mich, weil es das und das fehlt. Also, ich glaube, dass es mir tatsächlich da ähnlich geht wie dir. Ich hab nämlich auch irgendwie bei vielen dieser Science-Fiction-Spiele, Weltraum-Spiele, immer so dieses Gefühl so, ja, okay, das ist teilweise so was, sagen wir mal, wie Landschafts-, äh, Quatsch, Landwirtschaftssimulator im Weltraum. Ähm, also es ist halt eine Simulation und ich will halt eigentlich keine Simulation. Ich verstehe, dass Leute Simulationen wollen und ich will jetzt auch nicht, dass die Simulationen verschwinden. Aber ich würde halt auch eher irgendwas haben wollen, was sich ein bisschen direkter spielt und wo es halt nicht so sehr darum geht, dass ich irgendwie zehn Hebel betätigen muss, um irgendwie was weiß ich zu machen. Sondern ich hätt's gerne ein bisschen arcade-iger als das. Ähm, keine Ahnung. So ein bisschen vielleicht, keine Ahnung, was am nächsten Rang kam in den letzten Jahren, ich hab auch gedacht, dass du da irgendwie schon selber drauf zu sprechen kommst, ist vielleicht Outer Wilds. Mhm. Weil das halt zumindest viele Ansätze hat, die mir sehr gefallen haben in diese Richtung. Also, es ist jetzt nicht unbedingt das Weltraumspiel, wie ich's jetzt komplett auslegen würde als Schablone für das Spiel, was ich gerne hätte. Aber es hat ja zumindest irgendwie mehr so dieses offene Exploration. Und es geht nicht in erster Linie darum, irgendwie eine Steuerung zu meistern und irgendwie halt so eine Simulation zu sein, sondern es ist ein Abenteuer. Genau, du hast recht. Die Outer Wilds kommt da noch nahe ran. Für mich ist die Outer Wilds nur, ähm, es ist extrem, äh, hard sci-fi wissenschaftlich, weil es geht ja auch wirklich um die Physik, ähm, mit der man zum Teil da kämpfen muss. Und, ähm, man ist da, äh, die Outer Wilds kommt schon nah ran. Ich hätt nur gern was, was wirklich so eher weiches Sci-Fi ist. Mehr Star Trek, mehr Star Wars. Aber schon so in der Richtung. Outer Wilds ist wirklich nah dran. Ich würde auch sagen, die Outer Worlds, super Namen übrigens, ähm, äh, kommt auch schon in die Nähe, nur ist das halt keine Weltraumsimulation. Aber da ist man auch sehr figurenbezogen, sehr storybezogen, äh, auf ne, auf nem Weltraumabenteuer. Es ist halt keine Weltraumsimulation. Weltraumsimulation. Das ist auch mein Problem, dass wenn diese Art von Spiele und diese Fantasie auch mal umgesetzt wird, dann aber in einem anderen Genre. Ah, okay. Also, so wie ich das jetzt verstanden hab, äh, verstanden hab, willst du halt sozusagen ein RPG, aber im Weltraum-Setting. Genau, und ich möchte auch das, ähm, das Raumschiff steuern. Also eben jetzt nicht halt sowas wie, keine Ahnung, Nights of the Old Republic, weil da steuerst du das Raumschiff ja nicht. Oder Mass Effect. Ja, genau, da bist du halt, ja, genau, da bist du ja dann irgendwie auf dem Planet, du hast ihn nur ausgewählt und so. Ja, das verstehe ich. Ich fände auch so ein Spiel, was wirklich am besten halt wirklich dann in dem Fall, glaube ich, bei einem Weltraumspiel macht es schon Sinn, das halt sehr offen zu machen, weil, ne, letztlich ist irgendwie so Final Frontier und so, da sollte es schon irgendwie ein bisschen darum gehen, dass man selber irgendwie was entdeckt und entdecken kann und nicht einfach eine Route abfliegt. Und ja, da irgendwas zu haben, wo du halt wirklich irgendwie halt ein Raumschiff bemanst und damit durch die Gegend fliegst und dann wilde Charaktere und Aliens findest und Quests machst und irgendwie halt eine Story erlebst, das wär schon verdammt geil auf jeden Fall und ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da sonst noch nennen könnte. Ja, das wär auf jeden Fall was, was ich spielen würde, weil mein Ding ist halt, ich hab eigentlich überhaupt nie Interesse an so Weltraumsachen gehabt, wahrscheinlich auch deswegen, weil es halt entweder so Simulationen sind, wo ich mir denke, ja, will ich jetzt stundenlang irgendwie durchs All fliegen und es gibt zwar Planeten, ja toll, aber da passiert vielleicht nichts oder keine Ahnung. Weil ich bin auch so ein Typ, weil ich bin, weil ich bin auch so ein Typ, ich mag halt Storys, so und deswegen wäre das halt, also so wie du das erklärst, sehr, sehr interessant, weil die Welt, also eine Welt macht halt einfach, Personen machen die Welt aus, so. Ja. Ja. Und wenn ich halt irgendwelche Planeten habe und so, dann, keine Ahnung, dann kann ich auch irgendwie hier Meteorologe werden, so, aber dafür brauch ich kein, dafür brauch ich kein Spiel, um das irgendwie zu erleben und mir anzuschauen. Weißt du, was ich meine? Ja, die sind alle zu wenig, also die Weltraumsimulationen, die es gibt, die sind mir alle zu wenig menschlich. Denn wie du sagst, das sind die Personen, was so eine Welt ausmachen oder ein Universum. Ja, oder eine Gesellschaft halt einfach, dass du so verschiedene Gesellschaften haben, die sozusagen logisch, konsistent in ihrem, in ihrer Umgebung so Sinn machen, weißt du, und sich unterscheiden vielleicht, weil der Planet so und so ist. Äh, unterscheidet sich die Kultur da oder was weiß ich, da kann man bestimmt so viel mit machen. Vor allen Dingen, wenn man sich halt überlegt, so in, in anderen Medien, also eben zum Beispiel TV oder nehmen wir zum Beispiel eben explizit Star Trek. Ich meine, Star Trek würde ja auch nicht funktionieren, wenn die die ganze Zeit auf irgendwelche nicht bewohnten Planeten fliegen oder da halt irgendwelche gesichtslosen Aliens sind, mit denen die aber nie wirklich richtig interagieren oder nur hingehen und sagen, Jo, wir hätten gerne irgendwie unser Benzin aufgetankt und hier irgendwie das und das noch und okay, dann sind wir wieder weg. So, das wäre ja langweilig, so es geht ja an Star Trek explizit, so der Reiz an Star Trek ist ja irgendwie dieses Kulturelle und dass du halt da irgendwie Interaktion mit fremden Kulturen hast und irgendwelche halt Abenteuer erlebst und irgendwelche Konflikte, die daraus entstehen, dass man da eben so verschieden ist teilweise auch und das dann zu lösen und zu erleben, das ist ja irgendwie das, was Star Trek auch mit ausmacht. Und wenn das nicht da wäre, wäre es ja auch mega langweilig. Wie gesagt, wenn die jetzt immer nur irgendwie auf leere Planeten fliegen würden und da sagen würden, ja, und hier haben wir jetzt eine Probe entnommen. Woo! Hier kaufen wir diese Ware billig ein und später verkaufen wir sie teuer wieder weg. Genau. Ja gut, im Star Trek gibt es ja nicht mal Geld. Von daher, perfekt. Ja, nee, das ist genau, also ich weiß auch nicht, warum Videospiele da noch nicht so krass auf diesen Trichter gekommen sind. Also, es kann ja sein, dass es durchaus so das ein oder andere Spiel gibt, was noch so in diese Richtung schlägt, an das ich jetzt nicht denke. Wenn ihr eins kennt, liebe Zuhörer, dann bitte schreibt es uns. Also, ich will das auf jeden Fall hören. Ich habe mir mehrere schon angesehen und keins hat mich zufriedengestellt. Vor allem das Ding ist ja, eigentlich wissen Videospiele das ja auch. Also, das Medium an für sich weiß das ja, weil es gibt ja Mass Effect. Nur, es ist halt, ne, es ist halt dann aber eben, es gibt aber kein Spiel, was irgendwie so halt so sagt, okay, wir nehmen eine Weltraumsimulation und irgendwie sowas wie Mass Effect und kombinieren es in irgendeiner Erfahrung, die das halt kombiniert. Ich muss tatsächlich sagen, jetzt wo ich gerade nachdenke, mir ist gerade was eingefallen. Mhm. Ganz optimistisch, aber ich bezweifle es ehrlich gesagt leider, aber ganz optimistisch könnte man darauf hoffen, dass Beyond Good and Evil 2 so eine Erfahrung wird. Ja, ja, das könnte man. Wenn es gut wird. Ich meine, es will das zumindest sein, ob es das darauf wird. Ja, ich habe halt das Problem damit, dass es halt so riesig sein will und so viel Content und dann ist halt immer die Frage, okay, dass das halt einfach too much sein kann und dann fehlt halt dann im Detail auch wieder der Charakter, ne, weil es halt dann irgendwie alles Planeten sind, die irgendwie, klar, so mit der Art und Weise, wie es gemacht wird, mit dem ganzen Community-Kram, der da mit reinfließt und so. Ich weiß es nicht, mal schauen. Ich brauche ja nicht mal irgendwie eine ganze, einen ganzen Kosmos, eine ganze Galaxie. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, sowas wie in Star Trek Deep Space Nine, dass du diese Station hast, das ist deine Homebase, zu der kehrst du immer wieder zurück. Dort sind mehrere Figuren, die du kennst, die alle unterschiedliche Beziehungen zueinander haben und dort kannst du alleine schon viele Geschichten haben und von dort aus fliegst du dann irgendwo hin, wo dann eben was ist. Und das muss jetzt nicht mal irgendwie hunderte von Sachen sein, das kann auch wirklich nur ein Dutzend oder zwei Dutzend sein für ein Indie-Spiel. Solange die Erfahrung tight ist und die Erzählung gut, würde mich halt auch schon so eine kleine Erfahrung, die diese Fantasie bedient, mehr als zufriedenstellen. Das muss ja nicht ein Open World 100 Stunden Witcher 3 im Weltraum sein. Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass es entweder dann immer sozusagen, sag ich mal, ein Story-Spiel ist oder ein RPG ist, das halt dann das Setting Weltraum hat, aber eigentlich interagiert man nicht wirklich mit dem Weltraum. Also es wäre eigentlich fast schon egal, dass es im Weltraum spielt, so vom Gameplay her. Oder man hat halt eins, das halt voll auf Gameplay weltraummäßig draufsetzt, aber dann halt in der Story Mangel hat. Und eigentlich bräuchte man diese Symbiose dann von, in der Story spiegelt sich wieder, dass das jetzt wirklich auch eine Weltraum-Simulation ist. Und auch im Gameplay spiegelt sich das wieder. Ja, genau. Also ... Das wäre schon nice. Ja, gut. Dann hab ich jetzt euch in meine Melancholie gezogen, dann bin ich jetzt auch fertig. Genau. Vielleicht hört ja der eine oder andere diesen Podcast, der ... Macht dieses Spiel. ... der dieses Spiel umsetzen kann, dann tut es. Ihr habt zumindest schon mal drei Käufer, das ist doch schon mal ein Anfang. Gut, dann kann ich jetzt die Botschaft verkünden für alle Podcasts zuhörer. Die Björn-Arg ist zu Ende, er wird leider nicht auftauchen. Das heißt, mein Thema wird dann jetzt auch schon das letzte sein. Aller guter Dinge ist dann heute scheinbar doch drei. Kleiner als drei. Kleiner als drei, ja. Genau. Ich hab tatsächlich während des Podcasts auch noch mal geändert, worüber ich reden möchte. Denn ich möchte tatsächlich über ein Thema reden, was ... Ja, was wir im Ansatz, glaube ich, schon mal hatten, aber ich möchte es jetzt noch mal anders angehen. Und zwar geht es darum, dass ich momentan extrem merke, dass ich einfach wirklich ein Problem damit habe, meine Zeit, die mir gegeben ist auf diesem Planeten und die mir frei zur Verfügung steht, neben meinem Job natürlich, so aufzuteilen, dass ich wirklich mit allem glücklich bin und irgendwie das Gefühl habe, dass ich halt nicht eigentlich irgendwo noch mehr machen muss. Also ich habe halt ein paar momentan ganz platt gesagt, das Gefühl, dass ich eigentlich doppelt so viel Zeit bräuchte für das, was ich machen will. Und ich glaube, das ist etwas, was wahrscheinlich viele kennen. Ja, wer hat das nicht, frage ich mich fast. Ja, traurige Menschen, die keine Hobbys haben, haben das Problem nicht, glaube ich. Ja, wahrscheinlich die, die voll für ihren Beruf leben, so. Ja, ja, genau. Oder, keine Ahnung. Ich glaube, ich meine, das ist vor allen Dingen natürlich noch mal ein extremeres Problem, wenn man Content Creator ist, weil Content Creation halt einfach ein sehr intensives Hobby ist, was in der Regel eben auch noch mal on top auf einem Hobby drauf sitzt. Also eben zum Beispiel, wenn du Anime-Content oder Videospiel-Content machst, dann ist ja schon alleine das Konsumieren der Spiele und der Anime oder was auch immer es eben letztlich ist, ist ja auch schon etwas, was man als Hobby hat und was Zeit in Anspruch nimmt. Und dass man darüber hinaus dann aber eben auch noch mal Content dazu macht, kostet ja auch noch mal Zeit. Und ja, bei mir ist es halt momentan so die Situation aus, okay, ich habe einen Vollzeitjob, das wird auch so bleiben erstmal. Ich werde jetzt nicht so schnell irgendwie halt tatsächlich irgendwie dazu übergehen können, dass das, was ich jetzt gerne machen würde, dass ich davon leben kann. Bedingungsloses Grundeinkommen ist nicht in Sicht. Vielleicht, vielleicht habe ich ja Glück und werde bei der Studie genommen und kriege drei Jahre bedingungsloses Grundeinkommen. Und dann können wir noch mal reden. Aber gehen wir mal nicht davon aus. Und dann bleibt mir halt nicht so viel Zeit. Und mittlerweile habe ich halt auch eine Freundin und ich liebe es, Zeit mit ihr zu verbringen und will eigentlich meine gesamte Freizeit momentan am liebsten mit ihr verbringen. Und so schön wie das ist, führt es natürlich durchaus zu dem Problem, dass ich weniger Zeit als vorher hatte, Content zu produzieren. Und jetzt bin ich zum Glück noch in der Situation, dass ich tatsächlich viel mit meiner Freundin auch zusammen machen kann, auch wenn es um Content geht, was wahrscheinlich auch in naher Zukunft dann endlich mal auch publik wird. Momentan weiß das noch keiner, aber ich habe mit meiner Freundin extrem viel produziert, was halt in Zukunft dann mal kommen wird. Aber dennoch habe ich das Problem, ich will einen Zoo-Kanal betreiben auf YouTube. Ich will kleiner als drei als Kanal betreiben, wo ich über irgendwelche Herzensthemen einfach rede. Und eigentlich möchte ich auch noch irgendwie halt Videospiel-Content bei O'Banane machen. Und diesen Podcast hier, Unlimited Ammo, gibt es ja auch noch. Und ja, das ist einfach too much. Und eigentlich muss ich, also eigentlich wäre die einfache Antwort, du musst irgendwas aufgeben und priorisieren. Achso, ich dachte, die einfache Antwort wäre Klonen. Ja gut, das, ja, ja, wenn du weißt, wie das geht und das die einfache Antwort dann ist, dann gerne. Also sag mir, wie ich mich klonen kann, wenn das die einfache Antwort ist, dann bin ich dabei. Ja, sage ich dir nach dem Podcast. Alles klar, gut, wunderbar. Gut, ja, aber es ist halt, ich bin halt in der Position, dass ich halt eigentlich nichts davon aufgeben möchte. Und vor allen Dingen halt auch vor dem Hintergrund, dass ich eigentlich hoffe, dass ich in ein paar Jahren irgendwann, wenn es gut läuft, doch wieder halt mit dem Content, den ich produziere und dem Geld, was ich darüber einnehme über Patreon oder vielleicht eben auch noch andere Wege dann in Zukunft, mich dann selbstständig machen kann. Und dadurch, dass ich darauf hinarbeiten will, fällt es mir halt nochmal schwerer zu sagen, ich droppe jetzt irgendwas davon komplett und sage, das mache ich jetzt doch nicht oder mache ich nicht mehr. Ja, die ähnliche Position habe ich tatsächlich auch so. Weil ich merke auch langsam so, das Pensum wird immer und immer mehr gefüllt, weil ich habe jetzt Studium, dann ist halt jetzt, also ich wurde immer Studien finanziert vom Staat, das fällt jetzt weg, deswegen muss ich jetzt arbeiten. Dann habe ich halt das Fitnessding, wie gesagt und dann möchte ich ja wieder mit Fußball anfangen eigentlich und ich habe ja meinen YouTube-Kanal. Und eigentlich möchte ich auch Spiele spielen und Anime schauen, so. Und das wird langsam auch relativ eng bei mir. Also, ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten sage, aber ich denke, rein mathematisch gibt es nur zwei Antworten. Also eine ist wirklich etwas droppen, sonst geht das ja sonst nicht. Und das andere ist, dass alles weitermachen, aber es dauert halt lange. Also, dann brauchst du halt länger für ein neues Zoo-Erlebnis, dann brauchst du halt länger für einen Podcast wieder dabei sein. Dann geht halt mehr Zeit zwischen jedem Podcast-Auftritt, vergeht mehr Zeit zwischen jedem Abonnaren-Video und so weiter. Ja, aber das kann es ja irgendwo auch nicht sein, so. Ja, vor allen Dingen halt ... Ich verstehe, dass das nicht zufriedenstellend ist, aber ... Es ist nicht nur nicht zufriedenstellend, es ist halt leider auch so, dass ich halt weiß, dass es meine Chancen mindert, dass es halt funktionieren wird und ich halt irgendwann davon leben kann. Weil, so wie YouTube momentan funktioniert, kannst du dir ja ... Also, ist es ja am besten, wenn du wirklich in einer gewissen Regelmäßigkeit halt auch Content bringst. Ja. Und wenn du es nicht tust, ne, dann ist halt auch schlecht. Also, wenn ich einfach nur einmal im Monat ein Zoo-Erlebnis-Video bringe, weiß ich halt, dass ich da nicht groß irgendwie Wachstum und irgendwie, ja ... Nee, aber du machst es. Ich mach es, das ist korrekt, ja. Ja, aber das reicht ihm ja nicht. Er möchte es ja, wenn es optimal läuft, hat er gesagt, dass es ihm sein Einkommen einbringt. Genau, aber ich meine, das Dilemma, was Lena, oder die Lösung, die Lena für das Dilemma sagt, sind ja trotzdem korrekt. Also, ich meine, klar, so in der optimalen Welt könnten wir jetzt einfach sagen, alles klar, Martin, dann kriegst du ab jetzt eine Stunde mehr jeden Tag, have fun. Aber das ist ja nicht eine Option. Und mein persönlicher Ansatz, den ich tatsächlich jetzt eben auch noch mal mehr anfange zu versuchen, beziehungsweise ich versuche ihn halt schon eine Weile, aber es funktioniert halt noch nicht so, wie es funktionieren muss, ist halt der, dass ich dafür sorge, dass die Zeit, die ich zur Produktion des Contents brauche, minimiert wird, indem ich meine Arbeit anders mache. Also, das habe ich ja schon vor einer Weile damit angefangen, dass ich eben wirklich gesagt habe, ich mache keinen gescripteten Content mehr. Äh, sondern ich rede frei. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt, der auf jeden Fall dafür sorgt, dass ich zum Glück mittlerweile, dadurch, dass ich das halt lang genug mache und einfach gut genug frei reden kann und halt irgendwie auch weiß, wie ich zu einem Punkt komme, ohne dass ich vorher, äh, unbedingt ein Skript brauche. Ähm, das ist halt durchaus ein positiver Effekt schon mal. Aber es reicht natürlich trotzdem noch nicht. Und ein weiterer Aspekt ist halt zum Glück, dass ich mit meiner Freundin viel machen kann, was dann auch zu Content führt. Also, ich kann mit meiner Freundin, äh, Spiele spielen und danach rede ich mit meiner Freundin über das Spiel. Das ist einer der Sachen, die ich Content-Technisch schon vorproduziert habe. Oder, äh, wir spielen die Zelda-Spiele durch und, äh, wir machen Dungeon-Ranking. Also, wir reden tatsächlich über jedes Dungeon der Zelda-Spiele. Also, wir haben es jetzt bei Twilight Princess angefangen und als nächstes kommt jetzt Ocarina of Time. Oh, das ist schon echt cool. Und, äh, ne, das ist halt eigentlich nicht der große zeitliche Aufwand, auch im Editing nicht, weil ich ja einfach nur von diesem einen Dungeon-Footage brauche und das drauflege und das war's. Und hier habe ich schon den Anspruch, ein bisschen was spezifisch passend dazu zu zeigen und nicht einfach nur, keine Ahnung, halt zehn Minuten irgendwie Dungeon-Footage am Stück laufen lassen, wo aber nie irgendwas passiert, was gerade dazu passt, was wir sagen. Aber es ist halt trotzdem auf jeden Fall, äh, nicht der große Aufwand. Das sind nicht Videos, in die ich zig Stunden reinstecken muss. Und das ist halt die Herangehensweise, die ich momentan schon versuche. Aber es funktioniert halt trotzdem noch nicht so gut, wie ich, äh, es gerne hätte. Ähm, es hat am Anfang gut funktioniert und dann, äh, war halt so dieser, äh, Corona, wir müssen eh drinnen bleiben und das Wetter ist auch nicht so toll, Effekt vorbei. Und jetzt habe ich halt sehr viel unternommen und für Zoo-Erlebnis war das auch gut. Wobei, selbst bei Zoo-Erlebnis, ne, muss man halt auch sagen, so, ja, da kommt zwar regelmäßig Content, aber, was halt auch wieder scheiße ist, ist, ähm, so, ich bin jetzt irgendwie, also das nächste Video ist zur Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Und ich habe noch auf Holde an Zoos, die wir da halt besucht haben, äh, Duisburg, Hamburg, einen Wildpark bei Hamburg, äh, Bochumer Tierpark, Gaia-Zoo in, in, äh, in Holland. Und, äh, dann auch noch, äh, jetzt den Zoo aus Nürnberg, wo ich letztes Wochenende war. Das heißt, ich habe noch sieben Zoos, die ich danach abarbeiten muss. Und das ist halt auch scheiße, weil ich ja entsprechend auch wesentlich später erst irgendwie dazu komme, mein Video über den Zoo zu machen, den ich dann vor Wochen besucht habe. Und klar, an halt das Footage und so weiter geht das immer noch. Ich bin ja, mein Gedächtnis ist kein Sieb, so, ne, aber es ist halt trotzdem nicht optimal. Eigentlich sollte es ja so sein, ich bin im Zoo, ich produziere das Video, alles klar, und dann lade ich es hoch und plane es für in sieben Wochen ein, wenn es dann irgendwie geschedult online geht. Das ist das, wo ich idealerweise irgendwann hinkommen möchte. Aber das ist halt ein langer Weg. Und ich glaube, der beste Weg für mich ist weiter, ist einfach noch eine ganze Weile jetzt erstmal so zu probieren und zu schauen, ob ich es halt wirklich dann auch die anderen Sachen jetzt mit und mit an den Start wiederkriege und da dann regelmäßig Content machen kann. Und dann muss ich halt optimieren und im Zweifel wahrscheinlich dann doch irgendwie meinen Fokus auf irgendwas davon setzen, weil, ja, es ist am Ende des Tages, auch wenn es vielleicht nicht mehr pro Content oder pro Video, um es konkreter zu sagen, so viel Aufwand ist, in der Summe halt trotzdem viel Aufwand, wenn ich drei YouTube-Kanäle mit Content regelmäßig bespielen will. Ja. Und es sind ja auch immer noch keine Let's Plays, also es ist ja jetzt immer noch kein, ja, okay, ich hab einen Stream-Kanal und schneid daraus noch ein Highlight-Video oder beziehungsweise lad den Stream einfach hoch oder sowas, ne? Es ist ja schon immer noch ein bisschen aufwendiger als das. Ja, entsprechend immer noch schwer unter den Hut zu kriegen, aber das ist der Ansatz, den ich momentan weiterhin versuchen werde. Es klingt, als ob du eh schon einen Plan hast. Also das, was du jetzt gesagt hast, das klingt für mich auch wie eine akzeptable Lösung. Mach es. Ja, das ist immer die Kunst letztlich, ne? Ist dann auch wirklich zu machen. Ich meine, ich hab auch noch ganz andere Ideen und halt auch, also wirklich konkrete Ideen, wo ich eigentlich auch will, dass ich sie umsetze, weil es halt auch wieder für sich genommen eigentlich nicht so viel Aufwand ist. Aber irgendwo dann halt doch. Ich möchte zum Beispiel eigentlich auch noch on top zu all dem, was ich gerade gesagt habe, einen Instagram-Kanal betreiben, wo ich über Musik rede. Also wo ich halt irgendwie regelmäßig Postings mache und Storys, wo es halt um Musik geht. Weil ich halt sehr viel Musik höre und eigentlich viel über Musik reden möchte und Sachen empfehlen möchte und so weiter. Also ich kann dir sagen, wie ich es momentan mache. Ich schaue, dass ich das für meinen Kanal, was ich vorhabe am Tag, dass ich das hinkriege. Und dann habe ich mehr oder weniger Freizeit und dort kann ich mich dann Projekten widmen, die vielleicht irgendwann mal für ein Video benutzbar sind oder die anderweitig nützlich sein könnten. Ich programmiere zum Beispiel gerne so kleine Spiele, kleine Demos auf alten Retro-Computern. Und ich habe jetzt auch für ein potenzielles Video ein Programm geschrieben, womit man so Logik-Schaltungen simulieren kann, weil ich ein Video plane, wo ich zeige, wie Computer funktionieren. Und ich mache das, ich priorisiere das einfach wirklich total niedrig. Zuerst kommen die Haupt-Content für meinen Kanal, die großen Videos. Manchmal fangen auch kleine Videos so an, dass ich sie in meiner Freizeit anfange zu schreiben oder aufzunehmen und dann delegiere ich die hoch zum nächsten großen Video. Aber das erscheint mir noch sinnvoll. Ich habe auch immer das Gefühl, ich erstehle mir dann Zeit für die Projekte, weil ich ja eigentlich ausruhen sollte. Und ja, aber ich habe auch eine eigene Situation, wo ich, wenn ich nicht genug Ruhephase habe, dass ich dann auch nicht so gut arbeiten kann und so. Aber ja. Ja, aber ich meine prinzipiell, ich glaube so, der Ansatz auch für mich irgendwie jetzt zu sagen, alles klar, ich suche mir jetzt wirklich irgendwie dediziert irgendwie, mache ich mir Gedanken dazu, wann ich daran arbeiten will, um dann eben das dann auch wirklich in der Zeit zu tun, ist, glaube ich, auf jeden Fall ein ganz guter. Weil ansonsten merke ich halt auch, dass ich oftmals halt so dem Schema verfolge, verfalle so, ja, ich könnte jetzt dran arbeiten oder ich mache es halt morgen. Und schon habe ich halt nicht dran gearbeitet. Ja, das habe ich auch oft. Also, ich bin tatsächlich, ich war so ein bisschen ähnlich wie ihr, aber jetzt inzwischen bin ich so, ich habe meine Seele verkauft für den schnellen Erfolg. Also, ich bin jetzt gerade in so einer Phase, das ist eigentlich interessant, dass ihr dieses Thema, also Martin das Thema angesprochen hat, weil ich habe jetzt Semesterferien und ich versuche in diesen zwei Monaten, die ich jetzt habe, irgendwie den schnellen Erfolg zu kriegen. Das habe ich auch nirgendwo bisher gesagt. Das ist auch der Grund, weswegen ich auf meinen englischen YouTube-Kanal sozusagen umgestiegen bin, weil halt die Reichweite da höher ist. Und ich mache da auch täglich Videos, also ich bin richtig am Grinden und ich mache richtig unaufwendige, nicht so anspruchsvolle Videos, sage ich mal, aber die gut geklickt werden. Diese Opening-Reaktionen sind halt momentan im Trend und da ist die Nachfrage halt extrem hoch. Das heißt, ich habe im Grunde so scheiß auf Passion, ich brauche den Erfolg so gemacht, weil ich habe auch einen Freund sozusagen, der TikTok-Videos macht. Ich weiß, Katastrophe, diese Plattform. Aber ja, das gehört halt zum Thema Seele verkauft, weil ich arbeite sozusagen, also ich bin sozusagen so sein Sidekick. Ich komme in vielen seiner TikToks vor und wir brainstormen immer mit Video-Ideen und so weiter und versuchen da irgendwie erfolgreich zu werden. Tatsächlich hat er dieses Jahr, glaube ich, so von einem halben Jahr angefangen und hat schon über 12.000 Follower auf jeden Fall. Und mit so Anime-Content meistens ist das halt schon ein guter Erfolg. Sehr cool. Das ging jetzt sehr geil. Ja, schielen wir so ein bisschen, wollen auch so dann zusammenarbeiten. Ich versuche mein Ding mit YouTube, er versucht sein Ding mit TikTok und dann machen wir eine WG. Das ist unser Ding. Und dann, ja, werden wir, machen wir wahrscheinlich irgendwelche Bomben-Pranks oder so. Oh nein, bitte nicht. Dann enden wir wie so Logan Paul oder was weiß ich was. Oh shit. Und dann sagt ihr, ey, mit dem haben wir damals mal einen Podcast aufgenommen. Genau, ich wollte gerade sagen, dann kann ich angeben, dass ich dich gekannt habe. So kurz, wenn ich in der Zeitung stehe, ja, hat hier das und das die Bank ausgeraubt. Grüßt mich auf jeden Fall. Ja, ich muss tatsächlich auch sagen, mir ist gerade noch eingefallen, dass ich noch eine Sache auch tatsächlich noch reinwerfen kann, ist, ich habe halt wirklich, ich muss es nochmal betonen, sehr viel Glück mit meiner Freundin, weil wir halt, weil sie halt selber kreativ ist und sie halt auch wirklich Spaß daran hat, mit mir Content zu erstellen. Und das geht halt eben nicht nur so weit, dass sie jetzt zusammen vor der Kamera sein werden in Zukunft, sondern eben, dass sie halt auch wirklich aktiv an Sachen mitarbeitet und schneidet und filmt und sowas. Zum Beispiel bei Zoo-Erlebnissen ist es momentan halt auch so, dass wir halt, dass sie halt, während wir im Zoo sind und ich halt mit der Kamera filme fürs Video, macht sie halt mit, bislang noch mit meinem Handy, weil bessere Kamera, jetzt hat sie das gleiche Handy, also mit ihrem eigenen, halt Instagram macht und halt da irgendwie Sachen postet. Und zusätzlich jetzt tatsächlich auch seit dem letzten Zoo-Besuch noch ein extra Videofilm zum Zoo-Rundgang-Video, was halt dann als Patreon-Content in Zukunft gedacht ist. Also, ne, all sowas. Oder wir werden jetzt bald halt zusammen tatsächlich unseren geheimen Supercast starten. Ich weiß noch nicht, worum es geht. Ich weiß nicht, habe ich das vielleicht schon mal gesagt? Ich glaube nicht. Wenn ja, dann sucht es raus. Ich glaube auch nicht. Nein, aber es wird großartig. Ich kann ja als Tipp sagen, Magisch. Wir wollten es ursprünglich, genau. Und wir wollten es am 1. September starten. So, ich glaube, jetzt können zumindest Fans von diesem Franchise sich vielleicht denken, worum es geht. Mit Magisch und 1. September kann man drauf kommen. Und ja, auf jeden Fall, dafür hat sie halt auch der Thumbnail gemacht, weil sie halt echt gut zeichnen kann und wunderbar den Stil der Cover der Bücher, oh Gott, jetzt wird es aber immer konkreter, eingefangen hat. Herr der Ringe. Genau. Es ist Herr der Ringe, jetzt ist es raus. Ja, und das ist halt echt lucky so, ne? Also, dass ich halt das zumindest habe, ist auf jeden Fall, äh, ja. Definitiv irgendwie mein, 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 wie heißt das? Saving Grace. Das ist der Begriff, den ich gesucht habe, glaube ich. Ja, also ich glaube, sonst wird es halt auf jeden Fall nicht funktionieren. Keine Chance. Also, wenn du eine Beziehung führen willst und drei YouTube-Kanäle, rest in peace, bro. Du musst einfach nur deine Seele verkaufen, so wie Animega. Genau, dann geht alles. Dann geht alles. Dann geht alles. Da hast du viel, viel Zeit für Content. Dann kannst du jeden Schrott, Schrott produzieren. Und es juckt die Leute nicht, die essen sowieso. Also, ihr gebt, ihr gebt euch einfach zu viel Mühe, Leute. Ja. Ihr seid noch nicht so weit. Ihr müsst, ihr müsst dieses, in diese Höhle der, keine Ahnung, des Absturzes rein. Offenbar, ja. Ihr gebt euch zu viel Mühe, seid so gute Menschen. Gebt den Leuten, die, die haben keinen Anspruch. Gebt denen einfach Müll. Gebt denen einfach Müll. Die essen das trotzdem. Alles klar, ja. Ab jetzt nur noch Müll-Content. Perfekt. Ich bin froh, dass meine englischen Zuschauer mich nicht versteht. Ja, aber ich meine, es ist ja auch ... Nee, alles Spaß. Es ist ja auch, bloß weil es weniger aufwendig ist, muss es ja auch kein Quatsch sein und Müll sein. Ja, klar. Ich gebe mir ja auch Mühe dabei, aber ... Ja, ja, genau, richtig. Das nehme ich mir ja an. Man macht ja nicht absichtlich einfach irgendeinen Schrott. Aber es ist ja im Grunde genommen auch schon genau mein Ansatz, das zu tun, indem ich halt den Aufwand reduziere. Und natürlich führt das dann im Umkehrschluss durchaus dazu, dass man die Argumentation finden kann dafür, dass mein Content darunter leidet. Aber ... Bislang hat sich noch niemand beschwert. Von daher ... Ja, die Leute beschweren sich auch nicht. Also, jetzt ganz ehrlich, wenn du jetzt vor der Kamera sitzt und über ein Thema redest, so, dass dir auf den Herzen liegt, dann ist es immer schon ein gutes Video. Also, ich glaube, da macht man sich oft einfach zu viele Gedanken. Also, ein geskriptetes Video muss nicht unbedingt besser sein als ein Video, wo du einfach vor der Kamera sitzt. Weil das hat halt unterschiedliche Stärken. Da bist du dann vielleicht sogar authentischer und da ist es dann einfach ... Da wirkt es einfach ... Da kannst du mehr so, als ob es deine Leidenschaft wäre und du nicht einfach irgendwas, was du vorher aufgeschrieben hast, aber nicht mehr so fühlst, jetzt runterleierst. Ja, plus, ich meine, wenn ich mir angucke, welche Videos auf Auberna irgendwie so die erfolgreichsten sind, dann sind das halt auch meistens ungeskriptete Videos tatsächlich. Also, so, wenn es wirklich um den Erfolg nur geht, dann ist es halt definitiv Quatsch zu sagen, oh, ich muss aber geskripteten Content machen, der mega aufwendig ist. Also, vom Erfolg her rentiert sich das zumindest, wenn es um Views geht, meine ich damit jetzt nicht. Wenn du natürlich über Patreon irgendwie Leute dazu bringen willst, ist, dass sie deinen Content finanzieren, dann bringt Qualität durchaus dann auch mal was. Also, wenn du da irgendwie nur irgendwelche Labervideos machst, dann kannst du auch damit auf Patreon erfolgreich sein, so ist es nicht, aber ich glaube, Leute sind auf jeden Fall eher dazu bereit, irgendwie Geld zu geben für etwas, was sie halt als qualitativ hochwertiger ansehen. Deswegen versuche ich halt ... Gott sei Dank. Ja. In diesem Sinne, schaut vorbei auf patreon.com slash unlimited ammo, wenn auch ihr qualitativ hochwertige Podcast unterstützen wollt. Nicht einfach nur Lama-Content. Oder natürlich auch bei ... Macht diese Leute hier reich, Leute, befreit sie. Genau. Lass sie Content produzieren, wie sie wollen. Ja, wenn ich meinen Job aufgeben könnte, dann könnte ich auf jeden Fall um einiges mehr Content machen. Und in diesem Sinne, schaut auch vorbei bei patreon.com slash gescheit gespielt. Ja. Wenn ihr Lina für ihren großartigen Content unterstützen wollt. Ich hab eben erst Ziele eingestellt. Oh, nice. Die könnt ihr euch dort ansehen. Ich hab eh schon über 100 Dollar inzwischen. Das ist fantastisch. Das ist wirklich großartig. Ah, ich seh's grad. 111. Schöne Schnappszahl. Aber macht sie bitte trotzdem kaputt und gebt mehr Geld drauf, okay? Ja, bitte. Das Ziel ist noch nicht erreicht. Genau. Gut. Animega, willst du ja im Schluss auch noch irgendwas pluggen? Ja, Animegas, äh, Patreon slash Animega. Nein, Spaß, ich hab kein Patreon. Aber vielleicht irgendwann. Also, wenn du deine Seele verkaufen willst, dann auch schon richtig. Du brauchst auch einen Patreon für. Ja, ich weiß. Aber erstmal muss ich, brauch ich erstmal die Zuschauerschaft. Ja. Ja. Gut. Genau, schaut vorbei. Ich muss jetzt auch mal vorbeischauen, weil ich dann englischen Content noch gar nicht mitbekommen habe. Also, entsprechend hab ich da nachzuholen. Jetzt will ich dich natürlich unbedingt singen hören. Ja, ich werd auch bald tanzen. Ich mache alles. Ich mache alles, was cringe ist, um irgendwie den Durchbruch zu haben. Nee, Spaß, aber tatsächlich macht mir das Singen und dann später das Tanzen wahrscheinlich auch so am meisten Spaß sogar. Aber es ist halt am unerfolgreichsten. Da kann ich aber tatsächlich so meine Passion nicht verstecken und mach das trotzdem, obwohl ich gesagt habe, ich mache alles für den Erfolg. Ich find's großartig. Das ist super. Ich find's auch großartig. Ja, das mach ich einfach für mich. Gut. Gibt's sonst noch was zu sagen? Hab ich irgendwas vergessen? Nö, ne? Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitmachen an euch beide. Ja, hat mich gefreut. Ja, es war eine Ehre, dich hier zu haben. Gerne wieder. Und ich würd sagen, wir hören uns bald wieder. Bis dahin macht's gut, haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.